ja liebe leute willkommen zurück zum tag 12 wieder also wir hatten ja gerade diesen typen gehabt der uns nichts verkaufen wollte was ich brauche ich brauche essen okay so das problem ist nur ich habe jetzt nichts gefunden also wir hatten das letzte mal gesehen nacht ich gehe noch mal schnell runter ich will das mal mir anschauen was ja vielleicht ist ja irgendwas drin vielleicht zeigt das ja nie an vielleicht dreht sich das die ganze zeit das will ich mal anschauen weil wir nichts gefunden zu essen und auch dort nicht wo wir waren und ich denke mal was los kann es nicht mehr oder was ich weiß es gehen wir schauen gehen wir bitte schauen für mich immer bitte schauen ja also ich vermute mal wir können ja auch sterben zwischendurch oder also das ist jetzt nicht dass das schnurre zum wie auch immer gearteten ende geht ich schicke mal was ist denn drin was bringt das schon her klar aber dampen penner von der schule ich muss mir etwas essen bringen die sehr verdammte penner ist ein typ okay gut also es ist jetzt nichts drin okay ich würde mich probieren ob ich diese türen aufkriegen und ist das ein schüttberg der davor liegt dann kriege ich das nicht auf okay ich echt immer außen rum gehen gut also wir werden ich werde mich hinlegen doch das geht genau genau perfekt so also wir schlafen jetzt wieder werden kann ich medikamente essen schlafen und ich denke mal da bin ich dann so und dann müssen wir uns dann müssen überlegen was wir machen tankstelle vielleicht tankstelle tankstelle oder oder flughafen wo die wo es militär ist meine tankstelle war jetzt also noch mal wieder gehen wir durch das haus vom bruder das habe ich zu 100 prozent durchsucht der appartement block den habe ich zu 47 prozent durchsucht aber da ist nur waffen und teile nix die geplünderte tankstelle materialien waffen teile brauche ich eigentlich nicht hingehen apotheke ist weg lebensmittel ich habe aber nichts gefunden das kann nur oben sein ich will da aber nicht schon wieder hingehen oder sollte ich oben lang gehen oder ich gehe dorthin oder ich gehe dorthin suche in der kiste von dem typen und wenn der zuckt steche ich ihn ab oder steche ihn gleich ab und nehme die kiste andererseits das ist das letzte was ich mache jemanden umbringen vorher check ich den flughafen genau so machen muss hier gibt es auch lebensmittel vielleicht kann ich herumschleichen jetzt habe ich kein dittrich trotzdem erstmal mit erstmal mit und zur nötig das muss man wohl wenn militär das brauche ich nichts machen habe ich das jetzt angeklickt ja ich habe es angeklickt okay gut im auge behalten okay wahrscheinlich eher hier hinten drinnen oder aber dann gehe ich sofort wieder weg ich check auch trotzdem erstmal hier bei kämpfen ich glaube kämpfen das kann ich nicht mehr knicken der da oben läuft der man wahrscheinlich der läuft oben lang das heißt ja genau da ist ich check mal was hier ist alter kram den ich nie brauche okay ich lasse die offen der ist hier langgegangen oder ist ja geradeaus weitergegangen ich gehe mal hin da gibt es gar nichts okay jetzt hier durchschauen was ist denn da die sind wahrscheinlich oben vielleicht geht doch mal hier lang echt ist ja unten alles leer jetzt gehst du rein was auch die tür zu hier geht es raus wahrscheinlich oder ich hoffe es jetzt checken wir mal die lage es ist leise essen will ich es nehmen warte kommt jemand wir gehen wir gehen wir gehen kommt da jemand oder kann das kaum erwarten bis wir diese stadt endlich befreit haben und nach hause gehen ist das jetzt ein positiver oder negativer typ okay ich ähm warte mal ich muss mal wieder vorgehen ach da oben der geht auch raus warte mal warte mal guck mal nach wo der ist ob jemand da draußen ist ach der ist da oben aha wird er etwas luft schnappen gut gut der geht da lang da kann er luft schnappen okay ich check mal hier das also hier runter scheint wahrscheinlich keiner zu gehen ne ich check erstmal das mit dass er draußen jemand steht und ich okay check mal das bitte ansonsten verschwinde ich dann oh konserven alles nehmen verlassen okay ich hau ab ich hau ab kein riesen waren das zwei sachen oder komm geh mal hier hin geht aber schneller okay gut 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 ne gut weiter 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 komm geh zwei konserven reicht das zwei konserven waren das zwei konserven okay so jetzt ist natürlich die frage wie macht man das ähm ich darf nichts essen ich darf nichts essen ich würde gern was essen aber ne disziplin disziplin so hoffentlich ist jetzt nie noch alles da oder was okay und das drei oder zwei konserven ich schlafe doch die ganze zeit alter leg dich doch aufs bette ins bette und hier extrem erschöpft warte mal du musst schau mal bitte hier nochmal nach muss essen ja ansonsten verrät man ja 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 okay gut wenn man den tag bringt nix bringt nix bringt nix bringt nix so was hat man gesagt wir müssen zur schule den penner dort so achso ich nehme das essen mit ich glaube nicht dass ich das noch vergesse das nehme ich mit und mein messer nehme ich mit äh mein messer nehmt und wenn er zuckt war's das naja jetzt bin ich gespannt so dann gehen wir gleich mal runter komm wir gehen gleich mal direkt hier hin mal immer weiter das heißt wir müssen hier runter oder hier hin na da vielleicht haben wir ja Glück dann eröffnet sich irgendwas neues also gebäudemäßig flughafen war mal wir waren eigentlich okay also war es doch eine gute idee zum flughafen zu gehen ich meine da war ja lebensmittel warum es hier keine gibt das wahrscheinlich in der kiste ja ich geh noch mal zu den penner müssen wir sie noch mal anschauen auf anderer seite ich hab keine ich hab wenig energie so okay ja ja achso warte warte bleib hier bleib hier bleib hier bleib hier hier hin oh du schon wieder hab ich was zu essen mitgebracht hab ich drei stück warte eines hier ja ja aber nimm doch erstmal 2 ach du kannst ja ich hab 2 muss ich jetzt eine noch irgendwo herkriegen ich geh nirgendwo hin ok warte bitte was lass sie bitte fallen bedrohen? kann man den bedrohen eigentlich? aber das mache ich bei anderen den brauch ich vielleicht drehen hier alle durch oder was? ach ha warte mal da penner hier drüben kann ich nie leiden und derseits ah es geht ja nicht um mich es geht ja nicht um mich fuck also wenn ich schon mal hier bin geh ich ja hoch ich wehe hier ist nix ok hallo so ja mit in solchen situationen da musst du gewalt brauchst du gewaltpotential kannst du ja nie nur auf einen auf den nächsten lieber machen das bringt nix oh nein ok ich hab wahrscheinlich ein Messer haben wir ein Messer? ich weiß nicht sind die sich jetzt zusammen? mal sehen ich geh mal hier hoch ach war ich ja schon oder? ja nehm ich den weg ach eintrag in der biografie wieso das? ok das kann ich das gut arbeiten ja ja ok hier kann ich was durchspülen und hier kann ich weiter gehen ok das checken wir mal komm komm bitte irgendwas essen ach ach ich ach ich ach 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 ich bin ja also essen bitte essen 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 am verhungern nichts das sich lohnt also unten hab ich jetzt eigentlich auch alle schon durchgewühlt oder? irgendwas drei Sachen brauch ich ich brauch drei Sachen ok schauen wir uns gleich an den Eintrag in der biografie ach nix 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 also was was haben wir denn da jetzt hier? hallo? nö? achso ok ich weiß etwas will das mir aber nicht sagen ich werde seine Forderung nachgeben ja ich weiß es ja ja genau ist ja richtig sehe ich ja auch so war das äh wenn das erledigt ist komm ich zurück wenn ich ne Pistole auf komm ich zurück da komm ich zurück ne wohin muss ich raus ok ok komm ich zurück da komm ich zurück der kann nicht leiden was? kann ich denn hier? wieso? die war da offen oder was? die klappt jetzt wieder zu oder? ach bin ich hier hinten? warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal ja ja bin ich hier schon? die hab ich noch gar nicht gesucht ach ich bin hier hinten runter oh gut dass ich geschaut hab äh na gut ok rödel ja ich sollte zurückkehren alles klar gut dann äh flitz flitz mach los renn beziehungsweise du kannst dann hier rennen hier war das mal sehen wir hier sind zwei jetzt na gut ok ja ich will der äh 14 tag 14 mach was zu essen und wie siehts aus? gut das schauen wir uns mal an dann mach ich erstmal schluss weil ja oder machen wir noch weiter ziehen wir noch mal eine nacht durch wir ziehen noch mal eine nacht durch leg dich da aufs bett leg warte mal warte 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 was ist denn das für eine kack falle hier? extrem ausgehungert leicht leicht verletzt deprimiert extrem erschöpft ok äh leg dich vielleicht aufs bett wir enden den tag ich brauch drei sachen zu essen mir ist nichts dazu gekommen lebensmittel was sind denn die lebensmittel? ich war doch jetzt oben warte mal flughafen vielleicht ist der flughafen nochmal 24 das ist oben soll ich mal fragen gehen? ich meine es ist das essen das schier wehe das verschwindet ich dreh durch das nehme ich mit gegen soldaten ich weiß nicht brauchst du mich brauchst du keine waffe mitnehmen oder? brauchst du keine waffe? andererseits wer weiß was noch passiert äh äh ja ich frage oder? ich frage hier gibt es immer noch essen wo gibt es denn das essen? ich meine ich habe unten was gefunden vielleicht gibt es irgendwo draußen was also hier 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 ähm auf der anderen seite draußen okay wir checken erstmal die Tür lassen wir auf also hier 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 andererseits der eine sagt ja immer der guckt frische Luft da bleibt der hier oben das heißt ich könnte vielleicht oh das ist ja oh das ist oh das hab ich gar nicht gesehen das ist es oh Gott okay der geht auch hier rein okay der ging raus das war neu der geht aber nicht hier raus Mist wie? 10 Uhr ist die Frage wie ich hier reinkomme wahrscheinlich ja hier außenrum ne komm ich nicht rein? weiß es nicht so wie mach ich denn das jetzt? passt soll ich mal hoch gehen? ich riskiere es ich meine was solls da habe ich hier wenigstens bitte den Einblick wo jemand ist so der ist rausgegangen hier ist nichts das heißt ich könnte eigentlich hoch gehen oder? aber ich kann hier nicht hingehen oder? kann ich hier hoch? ne das geht nicht hier ist zu okay ich oh Gott warte mal da gehe ich da gehe ich doch wieder runter da geht es hoch oh ne 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 bitte will ich ihn töten will ich ihn töten ne hier töte ich nicht ich töte doch nie einfach so anders als hab ich da ne knache ich weiß nicht ob ich ihn töte mich nicht oh Gott weg nee hinsetzen Da hat sich nur Sengel zugemacht. Auch etwas frische Luft. Aber geh bitte. Okay. Ich hoffe, der geht dann rein. Nee. Der geht hoch. Der geht frische Luft, bleibt dort oben. Das ist der, der patrouilliert. Und dann geht er dort lang. Da ist er ein bisschen runter. Okay, der ist zumindest erstmal weg. Und wir checken trotzdem nochmal. Gehen rein. Gehen rein. Machen die Tür zu. Das ist alles leer. Wir checken hier. Der etwas lüftler meiste. Du guckst bis zum Fenster aus oder kommst du unten lang? Okay, dann machen wir die Tür auf. Gehen hier raus. Zu. Essen. Drei Sachen. Ich brauche einmal Essen. Das ist ja nicht logisch. Komm ich ja lang? Komm ich denn hier rein? Ah. Okay. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Das heißt, ich bin erstmal ein bisschen... Kann ja niemand zu sein. Kann ja niemand zu sein. Hier hinten. Komm, Essen. Essen. Okay. Okay, okay, okay. Wer kann mich hier hoch? Das war's, oder? Okay. Okay. Irgendwas. Gehen wir erstmal hier hin? Ach, okay, okay, stopp, 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 stopp. Na, wie läuft das jetzt? Der geht rein, warte mal, der geht rein. Okay. Ah. Hoffentlich hat das... geklappt, oder bin ich irgendwie... Äh, auch noch kalt. Scheiße. Äh, scheiße. Danke. 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 Danke.